Die 4 besten Nerf Mega-Produkte im Test Ich habe den Nerf Elite Fortnite SPL Blaster gekauft und bin begeistert von diesem Produkt. Es ist ideal für Jugendliche und Erwachsene, die nach einem Spielzeug suchen, mit dem sie draußen spielen können. Der abnehmbare Lauf und die 6 Fortnite Elite Darts machen es noch interessanter für das Spiel. Es ist einfach zu handhaben und hat eine sehr gute Reichweite. Der Blaster ist sehr sicher für Kinder zum Spielen und für Erwachsene ist es ein großartiges Tool für Spaßaktivitäten im Freien. Insgesamt ist dies ein großartiges Spielzeug für alle Altersgruppen und ich würde es jedem empfehlen, der nach einem Schaumstoff Blaster sucht. Ich habe den Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD 8 Blaster ausprobiert und bin begeistert. Der 8. Trommel ist einfach zu laden und sorgt für schnelle und aufregende Schießspiele. Das abnehmbare Fernrohr und Lauf machen den Blaster noch cooler und flexibler. Der Nerf Blaster kommt mit 16 Nerf Darts und Bolzen, genug für stundenlange Spielzeit. Als Fan von Sport und Outdoor Aktivitäten, ist der Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD 8 Blaster ein großartiges Spielzeug und ich kann ihn nur empfehlen. Ich habe mir den Nerf Elite 2.0 Flip Shots Flip 32 Blaster gekauft und bin total begeistert. Die doppelte Feuerkraft durch die 32 Dartläufe ist fantastisch und die Kapazität für 32 Darts macht das Spiel noch spannender. Die mitgelieferten 32 Nerf Elite Darts sind von hoher Qualität und fliegen sehr weit. Der Blaster ist einfach zu bedienen und hat ein ergonomisches Design, das auch für längere Spielsessions bequem bleibt. Ich kann den Nerf Elite 2.0 Flip Shots Flip 32 Blaster jedem empfehlen, der nach einem spaßigen Outdoor-Spielzeug sucht. Ich habe den Nerf Fortnite Heavy SA Blaster ausprobiert und bin begeistert. Der Blaster ist der längste in der Nerf Fortnite Serie und das abnehmbare Fernrohr ist eine tolle Ergänzung. Mit den 6 Nerf Mega Darts und dem 6 Dart Magazin kann man schnell und einfach nachladen. Die Maße von 12,1 x 67,3 x 34,3 cm sind perfekt für Kinder ab 8 Jahren. Der Blaster ist ein tolles Spielzeug für alle Fortnite Fans und bietet stundenlangen Spielspaß. Ich kann den Nerf Fortnite Heavy SA Blaster jedem empfehlen, der gerne spielt und Action mag. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.